ja recht herzlich willkommen hier zu einer produkte vorstellung produkt tutorial vom lichtsignal decoder von md electronics ok ich würde sagen wir legen auch jetzt los und ja ich habe euch eine schematische darstellung hier eingeblendet und zwar seht ihr auf der rechten seite den decoder selber den lichtsignal decoder und da ist es eigentlich ganz einfach wie schließen wir es an ich habe es euch einmal eingemalt und zwar haben wir hier ein beispiel genommen ein hv signal und ich benutze wie gesagt ein ausfahrtssignal mit vorsignal in dem sinne habe dieses angeschlossen und wie machen wir das denn also die erste led macht ihr am ausgang eins die rote die a2 kommt an a2 auch ran das ist so wunderbar beschrieben hier und so weiter der die grüne led kommt an a3 die gelbe led an a4 und die beiden weißen leds ist es ja ein kabel die kommen an a5 hier mit einem grauen kabel dargestellt weil weiß weiß sieht man relativ schlecht ja das ist es eigentlich schon gewesen tatsache das ist es schon gewesen mit den anschluss relativ simpel und ich würde sagen wir es wünschen einmal rüber auf den monitor und da zeige ich euch wie man es einmal in betrieb nimmt so meine lieben okay wir befinden uns hier jetzt wieder auf dem cv programmer ich habe einmal die skizze da gelassen ich habe euch ein bild eingeblendet mit dem signal was ich benutze und ihr seht den cv programmer ihr könnt natürlich den decoder wieder auslesen oder ihr macht so wie ich ich habe mir einfach die lsd vorlage eingefügt und hier sehen wir erstmal was man als einstellen kann also signal system bei signal system könnt ihr einstellen welche welches typ also welchen 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 typ man nehmen möchte von und ich habe mich jetzt für das hv signal entschieden das wäre hier die vier so okay ansonsten habt ihr diese ganzen adressen das sind die einzelnen adressen die angesteuert werden können ja die könnt ihr dementsprechend einstellen für die adressen ist es eben so dass verschiedene bilder dargestellt werden ich habe mich aber für das hv system entschieden weil da ist schon alles vor programmiert in dem sinne ansonsten blinkfrequenzen könnt ihr einstellen schaltdauer kann da einstellen bringt der blinkfrequenz signallaternen könnte einstellen blendzeit weichen adressen umschaltung das könnt ihr hier auch alles einstellen wichtig ist aber also wichtig ist ja wie funktioniert oder funktioniert denn an signal und das möchte ich euch jetzt einmal gerne präsentieren ganz spezifisch ganz genau mit den einstellungen möchte ich jetzt hier direkt nicht eingehen weil man kann eine ganze menge einstellen dafür könnt ihr aber auch in die bedienungsanleitung schauen ich möchte euch lediglich zeigen wie es einmal zum laufen bekommt mit diesen wie oben links dargestellt mit denen insgesamt sechs lämpchen und das zeige ich euch jetzt mal wir gehen mal auf fahren und ja ich würde sagen wir starten einmal die geschichte so und es wird uns rot angezeigt wenn wir jetzt bei der weichen adresse eins schalten können wir also links rechts haben wir rot und grün rot und grün haben war so bei mir ist es bei der adresse 2 da haben wir dann grün also rot und grün gelb er schaltet schön weil ich hin und her und dann ist es bei mir auf der adresse 8 noch da können wir das rangierlicht noch an und ausschalten wenn wir auf den beiden roten sind das sind die möglichkeiten die ich jetzt also wie es angeschlossen habe und funktioniert wir machen noch mal eins können noch mal so ein bisschen hin und her schalten und schaltet dann nämlich zurück gemacht das andere aus und macht den grün an und auf zwei haben wir ja die variante dass er auf grün gelb schaltet ihr seht unten im bild da sind noch da ist noch ein vorsignal dran das kann man natürlich auch noch mit anschließen das habe ich jetzt aber erst mal nicht gemacht weil ich euch erst mal so ein hauptsignal aber es ist ja ein ausfahrtssignal ich wollte euch ein ausfahrtssignal zeigen mit rangierlicht und ja also simpel anzuschließen wenn er wirklich ein ausfahrtssignal nimmt mit mit rangierfunktion dann könnt ihr es genauso anschließen wie ich gesagt hat schaltet hier einfach beim signalsystem die vier rein und wunderbar funktioniert das ja damit sind wir eigentlich auch schon durch vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal